Ich möchte mehr die moderneren Songs singen, so wie sie natürlich auch bei Radio Broken Lauf macht. Das geht in A Cappella. Ich mache euch das ganz kurz vor. Das geht so, ab so. Das geht so, ab so. Wenn wir fragen, wer hört sowas gar nicht, meldet sich keiner. Aber wir sind ja nicht blöd. Bei der Veranstaltung, yeah, Rock'n'Roll und dann im Auto mit Helene Fischer nach Hause. Wir sind ja ganz realistisch. Das ist ja auch gar nicht schlimm. Also, wenn ihr in der Lage seid, den Rhythmus zu produzieren, was relativ einfach ist, ihr wisst schon, dann braucht ihr nur noch irgendwas drüber singen. Das können wir euch auch mal vormachen. Das ist relativ einfach. Es wäre gut, wenn ihr euch ein bisschen unterstützt. Ihr könnt das körperlich tun, indem ihr ein bisschen tanzt. Wir haben zwei Tanzmöglichkeiten für euch vorbereitet. Einmal die etwas befestigtere. Und für die, die die ganz färten Tanzmoofs machen, gibt es noch eine softere Tanzfläche, wo man sich bei entsprechender Drehung bis zur Halskrause in die Tanzfläche eintanzen kann. Das könnt ihr euch raussuchen. Hauptsache wir unterstützen es ein bisschen in Sammerhausen. Seid ihr dabei? Ja! 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das war sogar nicht so schlecht.